Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Heute wollen wir mal Claybock, ich glaube ich spreche es richtig aus, anzocken. Ich spiele auf der PS4 Pro, ja Claybock, ich spiele auf der PS4 Pro, ich nehme in 4K auf und lade reines Gameplay-Material, so wie wir es jetzt hier spielen, hoch, weil YouTube rendert es ja sowieso normal. Damit ihr wirklich so gut wie möglich dran seid am eigentlichen Ergebnis. Wir machen erstmal Einstellungen. Wir machen ein bisschen. Wir machen ein bisschen. Irgendwie nack ich nicht, dass hier etwas leiser wird. ja dann lassen wir das jetzt einfach mal und hoffen was bringt weil das wird ja gar nichts Ah, jetzt so. Okay. Muss man vielleicht was warten. Ja, erst im Menü wird es dann. Wie lautet das? Machen wir mal auf 20%. Ja, reicht aus, würde ich sagen. Lese im Hintergrund. Editor. Wir machen einfach mal spielen. Bücher spielen, erstellen. Wir wollen richtig spielen. 對 practice. Wir machen einfach Lorne mit dem Link. also Nochmal Neustart. Ok, da geht es tiefer. Ok, da geht es zurück. Wir suchen Graben zu überqueren, ja Wien. Weiter L2. Ok, nochmal. Ah ok. Wo bin ich denn jetzt? Ach da. Ah ok, da können wir das dann dicht machen. Dann machen wir einfach mal so. Ok. Okay. Okay. Ok, da ist mir größer. Jetzt kommt da Wasser raus. Das war schon ok. Zerstörung. Mit irgendeinem Tank und Fülle. Flüssigkeit, ok. Ach so. Wo sind denn hier die Kleentanks? Ah hier. Das mit der Kamera ist ein bisschen scheiße. Das mit der Kamera ist ein bisschen scheiße. Das mit der Kamera ist ein bisschen scheiße. Ok, machen wir nochmal. Hier kaputt. Das mit der Kamera ist ein bisschen scheiße. Das mit der Kamera ist ein bisschen scheiße. Das mit der Kamera ist. Ach wo bin ich denn jetzt? Ach wo bin ich denn jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 100% Kamera So Was haben wir hier? Das Ziel erreichen So So Ist da überhaupt nachher noch den Tank So 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 So, Oh, ich möchte erstmal den Weg hier machen sollen. Und jetzt heißt es warten, da ist gleich voll. Oh, hier ist auch voll. Oh, hier ist auch voll. Oh, hier ist auch voll. Aber irgendwie wird es nicht mehr voller. Oh, hier ist auch voll. Jetzt sind wir fertig. Oh, da oben soll ich wieder hin. Das ist ein kleines, knuffiges Spiel. Das soll Knete sein, so wie ich denke. So, was sollen wir machen? Wir fallen jetzt erstmal hier runter. Das ist alles Schokoladenobjekte. Ach, hier. Das ist alles. Das ist alles. Ah, scheiße. Das ist gerade oben schon. Komm, da hoch. Wenn wir nicht hochkommen, dann irgendwann fällt er runter, der Schokohase. Dann nehmen wir erstmal was anderes. Nehmen wir erstmal das hier. Soll ich die jetzt alle kaputt machen? Soll ich die jetzt alle kaputt machen? Wartet mal. Wartet mal. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir müssen den kaputt machen. Und weiter kommen wir nicht ran. Und weiter kommen wir nicht ran. Das müssen wir hier noch irgendwie. Aber damit kommen wir jetzt besser voran. Wir müssen halt hier den Baum abtragen. Dann kommen wir langsam voran. So, jetzt haben wir den. Verwende ein Viereck um ein größeres Objekt. Ja, das weiß ich. Ich habe ja schon ein großes Objekt. So. Ach, guck an. Hier oben ist noch eine Schokolade. Aber die Kamera ist echt für den Arsch. Also, die ist echt zu weich. Und die kommen da ganz schnell irgendwo ran. Oder die verdreht sich, weil ich hier irgendwo bin. Ich stelle jetzt mal nichts an der Kamera ein. Oh, ist doch nicht. Willst du mich rollen? Seht ihr die Hinktelt hinterher? Also, die muss man halt selber einstellen. Und das ist ein bisschen doof. Okay. Ach, ich habe ein ganz ungutiges Gefühl dabei. Ah, shit, 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 shit. So. Dann, okay. Dann, okay. Shit. Dann, okay. Dann, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1 2 3 4 5 7 7 7 7 oh scheiße ich war doch dieses ding falsch falsch ich muss hier hoch nicht Das war's für heute. Löstet der Druck auf? Nö. Löstet der Druck auf? Löstet der Druck auf? Es gibt natürlich nur 1 Stern, weil ich nur 1 gemacht habe. 60 Sterne kann man kriegen, also kommen noch mehr Levels oder was? Achso, das ist das. Hier haben wir 4 Level, hier haben wir 4, da haben wir 4 und da haben wir auch 4. Ich würde sagen, dann würde das für jetzt hier erstmal reichen. Wir haben es eine halbe Stunde, fast über eine halbe Stunde angezockt. Ist ein kleines, süßes Spiel. Ja, bisschen kurios. Also manchmal lassen sich komische Sachen einfallen. Wir haben eine Figur, mit der wir in der Welt unterwegs sind. Bestimmte Sachen kaputt machen sollen oder Flüssigkeit dazu machen sollen. Oder es kommen ja noch einige Sachen. Ich denke mal, da kommen auch Bausachen, dass man da hier blockiert dies und jenes oder sowas. Und alles besteht aus Knete und wir werden wahrscheinlich gesteuert durch dieses Mädchen, was wir da am Rand sitzen sehen haben. Also das sollen wir dann sozusagen sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es süß gemacht. Also für Kinder auf jeden Fall was. Also so für mich abends zum Entspannen. Kleine Herausforderung, ja. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt hier rund um Duo spielen würde. Oder halt die ganze Zeit sehr verbissen spielen würde. So, dann soll es jetzt dazu erstmal gewesen sein, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wehr Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin haut da rein. Aoi. Sagt euer Odin. Däumchen. Errollsthe juego. Däumchen.